so die Leute werden geladen hi Leute wie geht's so ich guck gerade mal 20 Uhr 3 okay, meine Uhr geht falsch dann muss ich da mal gucken Leute, wie geht's euch ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt da steht verstrichene ich muss unbedingt gleich mal gucken, was das heißt steht nur verstrichene Zeit ich hab keinen Plan, was das heißt aber gut ähm da werde ich jetzt gleich mal meine Uhr richtig einstellen Uhrzeit ändern ja, klar toll, super ähm Berlin woher kommen wir denn Berlin Kalifornien ich weiß nicht wieso, es stand auf US-Kanada, USA-Kanada das kann ja auch nicht hinkommen kommst du denn Berlin vielleicht? nein wieso ist meine Uhr falsch hä? Internetzeit nein, nein, nein dann stelle ich das Ding halt selbst an so offline was? ich bin noch hier alles gut so okay wir haben es gleich ich stehe es mal hier oben eine Uhrzeit hin Uhrzeit ändern dann da okay 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 zack zack und so 00 okay machen wir 20 ah könnte ich so geschaffen zack und zack so ich hoffe jetzt stimmt's jetzt müsste es übereinstimmen jetzt ist meine Uhrzeit aber richtig meine Uhrzeit ich hatte zwei Minuten nach vor vor nach ach scheiß drauf so Leute mal schauen was ich heute machen kann und zack okay ich glaube ich muss das mal teilen dass ich heavy life 2 hä das ist was anders wow ich habe einen Zuschauer wow wenn das einmal nicht postet ne dann ist dann kommt keiner ich meine das wäre auch eine chillige Runde aber es ist auch Dienstag was will man da eigentlich ich verlaufen so so stream so zack show off und löschen noch ist mein streaming zustand grün wie kommt's sonst immer bronx rot so jetzt mal ja ähm dann fange ich jetzt vielleicht mit den Grafiken an oder so vielleicht weißt du wen ich interessiert kann ja dann jederzeit anfangen mit monocraft oder so ich mach mal Musik an ich muss unbedingt mal neue Musik raussuchen das geht gar nicht mehr hier ne es geht nicht alles gleiche zeich ähm hallo Vincent so so also bei mir werden gerade zwei angezeigt ich weiß es nicht entweder haben es noch nicht so viele mitgekriegt oder was weiß ich YouTube hat ein Problem damit ähm muss ich gerade selbst mal gucken plus oh Gott was muss ich denn aus im Bildchen ich muss euch mal kurz verrücken es geht das Fenster nicht kleiner what so jetzt aber Moderator kommt nachher auch noch rein vielleicht so ähm moin Jens hallo Henry ja ich hab wie hast du die bekommen hast du jetzt von YouTube die äh Informationen bekommen dass ich live streame oder von Facebook oder von Twitter es geht ja ich weiß auch nicht ähm ich muss gerade mal gucken das ziehe ich jetzt auch mal hier rüber oh Gott so viel Fenster so oh Gott mein Chat hin da von YouTube aufs Handy ja cool okay ähm ich brauche Bildschirm übertragen vielleicht wenn es geht achso warte mal nein das ist nicht richtig äh so okay Webcam ist fast dabei so so ach so ein schönes Bild ah nice ähm oh Mann wie ich mich immer verdrücke sorry wenn ich schreife ich kann auch die äh Large Ticker wieder runter machen so was haben wir hier dann kommt der nächste Block ehrlich gesagt ich weiß es nicht vielleicht 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 die nächsten Tage vielleicht auch erst am Wochenende ich weiß nicht ey ich hab heute Morgen ne es war so ein Tief wieder so ein ich ich hab eigentlich ja okay viel hab ich nicht geschlafen aber es müsste eigentlich gereicht haben dann war ich extra frühstücken also ich hab was gegessen was getrunken und dachte ich mir jetzt ist so voll die Power für den Tag was ist so neun Uhr wir haben einen Test geschrieben ich dachte nur so ich sterbe gleich weil ich so müde war jetzt hätte dir einer irgendwie Narkosemittel gegeben oder so ich ne naja mhm was hast du für ein Grafikkart ich hab eine äh GeForce GTX 970 ja oder 980 970 glaube ich ist oh was ist denn das für eine Frage was für ein Netzteil keine Ahnung Casey im Titel fehlt Road to 870 ne äh heute mal nicht weil ich es sowieso nicht erreiche also es hat sehr gerade abgenommen mit den ganzen neuen Abonnenten ist es ein bisschen runtergefahren und ich mach mir da nicht mehr viel viel äh ja drum Leute ist doch scheißegal wie viel Likes und wie viel Dislikes meine Güte völlig egal so ähm genau ich wollte mal das öffnen ich werde jetzt ein bisschen am da will einer blockiert werden oder so ja okay kein Problem so tschüss so äh was wollte ich sagen ich hab schon wieder vergessen jetzt erstmal hier wieder das Fenster verrücken wo haben wir es da bada 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 ja ich wollte jetzt oh nein sorry Leute ich muss hier immer adjusten ich hab echt vorhin gerade überlegt ob ich überhaupt streamen soll heute weil weil es mir so scheiße ging ich meine jetzt bin ich ein bisschen wacher aber jetzt passt der ganze Bildschirm hier nicht drauf naja ist egal dann müssen wir da mit dem ich muss auch mal wieder neue Muster neue Styles raussuchen so ähm hallo Lorenz ja dich kenn ich ja schon äh hallo 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 nein ich sage jetzt gar nichts mehr naja ich mache kein Fan treffen wie oft soll ich das noch sagen ich sage es gar nicht mehr ich beantworte diese Fragen nicht mehr sorry du müsstest das mittlerweile wissen so okay ähm wo ist jetzt mein Ordner hinter ich habe nämlich ein Textshop Pack da wollte ich mal ein paar Blöcke verändern ich hoffe es ist das richtige cc könnte das falsche sein ich guck mal kurz ich guck mal kurz auf meine Craft hallo Theo da möchte wieder einige Leute blockiert werden okay kein Problem so äh was zeige ich heute da steht alles im Titel erst mal Gaming machen wir also nachher machen wir Gaming also Minecraft jetzt muss wollte ich mal ein paar Texturen in einem Textshop Pack verändern was ich so ein bisschen vermixt habe und ja vielleicht könnt ihr da auch nochmal was zu sagen äh so so erst mal ein paar Sachen löschen hier und es kann heute vorkommen dass ich super angepisst werde von einigen Sachen ähm egal was für ein Kack heute in den Chat geschrieben wird ne ich werde diese Leute blockieren ich werde es entfernen ich habe keine Lust darauf heute es ist absolut guck da will einer blockiert werden vorübergehend wieso mache ich das manchmal hier wie viel kostet Photoshop äh gibt es als Abo Henry ich weiß nicht welche Frage war das achso Fantreffen nein ich mache keinen Fantreffen sorry falls ich da ein bisschen aggressiv rüberkam äh 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 nexus So. So. So, okay. So, ähm. Genau, so. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob das das hier war oder das. Ich glaube, das war sogar das hier. Ich habe das Falsche jetzt gerade. So. Ich glaube, das ist der Falsche. Ähm. Gehen wir mal kurz... Gehen wir da mal kurz rein. Bei einem ganz kleinen Server nur. Komm mal kurz hier reingehen, dann sehe ich ja auch die Texturen. Boah. Okay. So, mal gucken. Hm. Ich glaube, das ist... Falsch. Okay. Texture Pack. Was ist doch das hier? Ja. Guten Abend. Jetzt kommt wieder Ordnung hier in diesen Chat. Ja. Ich glaube, das war das richtige T-Chip. Wow. Was sind das für Blöcke? Schon ewig die Textur nicht geändert. Was sind das für Blöcke? Äh, ja, gut. Hm. Ich muss wieder raus. Hm. So, ähm. Irgendein Block hatte mir nicht mehr gefallen. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Das Holz will ich auch mal verändern. Alles klar. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Heutdinger sehen aber... Komisch aus. Aber sonst... Gefällt mir das eigentlich ganz gut. So, dann mache ich es einfach mal so. Äh... Ich spiele jetzt noch kein Minecraft. Ich wollte jetzt nur mal kurz einen Text-Tuch von einem Texture Pack ändern. Okay, äh... Mal kurz gucken. Da haben wir es. Assets, Textures, Blöcke... Ich kann ja mal ein paar zeigen. Hier sind so. Kann ich mal vergrößer machen. Extra groß. Mach doch mal. So, ich muss das hier wegmachen. Wie geht das denn noch? Seitendinger weg. Hier? Ja. Wie sind die immer noch so klein? Komisch. Gut. So. Oh Gott, Gott. Äh... Zockst du gleich Bad Wars? Ja, kann ich machen. Äh... Bin auf dem Weg nach Hause. Und da guckst du? Okay. Ähm... So, okay. Ähm... Ja, Beacon. So, okay. Soll ich Bedrock mal verändern? Mann. Was? Wieso... Wieso sind die ganzen so klein hier? Ich hab die extra groß eingestellt. Guck mal. Kohle. Sieht auch scheiße aus. Das ist Standard Textur. View... Grid, Grid, Grid. Geh weg. Grid. Ciao. Hä? Pixel Grid? Ah! Oder ist das Standard? Komisch aus. Naja. Ähm... Dann guck ich mal, ob ich ein anderes noch finde. Ähm... Was ändern wir denn? Okay. Was für einen Block würdet ihr gerne in einem Texture Pack ändern wollen? Sätze von Poluten und anderen Größen Let's Playern. Ähm... Ich... Mir ist das eigentlich sowas von scheißegal, muss ich sagen. Es gibt einige, die es sehr ausnutzen, aber ich finde auch sowas wie Gronk zum Beispiel. Der ist ja so lange schon dabei und der macht das echt super. Und ich finde den, wie er jetzt so rüberkommt, sehr sympathisch. Und ja... Och... Ich werde gleich jeden blockieren, der hier so einen Kack schreibt hier. Das Interesse ist hier wie ein Scheißdreck. Ach... So, ähm... Also Leute, wenn ihr schon mal hier im Livestream seid, dann könnt ihr... Äh... Ein wenig auf den Inhalt von diesem Livestream eingehen. Dafür mache ich ihn ja. Und ich irgendein anderes Zeug schreibe. Das interessiert mich ein Kackdreck, was andere Leute gerade machen. Guck mal, das Ohr sieht auch nicht schlecht aus. Warte mal. Ja... 32er Pack, okay. Ja, gut, ne. So, so, so. Äh... Dann werde ich halt... Dann werde ich halt mal... Gucken, was ich in einem anderen hatte. Also... Ich glaube, das sind 64er Texturen. Hallo, Frodo. Ich, äh... Mache gerade... Ich verändere gerade... Oder will... meinen Texturen-Pack verändern. Wie viel kostet das Photoshop-Abo? Ja, dann... Okay, da will einer wieder weg sein. Tschüss. Das ist ein Scheißdreck. Ähm... Geht doch mal auf die Webseite. Nein, Theo, das mache ich nicht. Das interessiert mich ein Kack, was der da macht. So, ähm... Adobe.com Dort findet ihr Photoshop. Da findet ihr alle anderen Programme. Da stehen die Preise drin und lesen können die meisten. Ja, würde ich mal sagen. So. So. Äh... Genau. Gold. Äh... Hier, guck mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist. Warte mal. Ich hatte doch mal ein eigenes Texture-Pack. Da guck ich jetzt mal lieber nach. Das hieß Redberry. Das ist gute alte Redberry. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, was für eine Größe von den Texturen das war. Kohle. Ah... 128? Okay. Äh... Ein bisschen runterskaliert. Sieht das auch nicht schlecht aus. 100. Äh... Ja, ich will es placen. Na. Ja, ah. Achso, fixiert der. Okay. Na, gut. Ha. Ich bin mir nicht so sicher. Sieht kacke aus, oder? Ja. Was so gedownsized ist. Okay, dann müssen wir ein anderes suchen. Ähm... Gucken, was wir so... Äh, Frodo, du kannst den letzten Livestream vom Samstag kannst du dir nochmal anschauen. Der ist ja im, äh... Das schon. Äh... Auf dem Kanal. Kann man sich alles angucken. Äh, hallo Keks, Veteran. Ich weiß nicht, ob es heute was mit LOL wird. Deswegen mal gucken. So, okay. Dann muss ich jetzt mal ein anderes. Texture Back. Gucken. Ähm... Jetzt mit dem... Gucken, was hat der für Texturen? Lecker. Coal. Guck mal, es sieht doch noch viel besser aus fast. Sieht besser aus, aber die... Ja, ich weiß nicht. Plays, ja. Das ist heller. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollt ihr einfach erstmal so lassen im Livestream wie das sowieso wahrscheinlich nichts, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Äh, ja. Oder soll ich noch... Alles klar. Wo, 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 wo. Was, 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 was? Worum geht's denn jetzt? Also, Jonas, wenn du das jetzt auf mich schiebst, dann tut's mir leid für dich. Und wenn du wirklich ein treuer Zuschauer gewesen wärst, würde dich sowas nämlich nicht jucken. Dann tschüss, würde ich sagen. Und du hast es mehr als einmal reingeschrieben. Ich glaube... Ja. Hey, wake up. Hey, wake up. Vielleicht hab ich dich auch blockiert, Jonas, weil's mich genervt hat. Aber gut, wenn du dich da jetzt... Ja, dann tschüss. So. Also in alle, die es wissen wollen, ich habe ihn wahrscheinlich blockiert. Ich hab jetzt grad so viele Leute blockiert. Ja, tschüss. Meine Güte. Leute, wenn ihr euch wegen so nem Kack aufregt, ne? Wieso sollte ich mir so nen Scheiß auch angucken? Das ist einfach nur Kinderkacke, würde ich sagen. Ich hab niemandem was getan. Ich lebe mein Leben und gut ist. Und das ist jetzt auch nicht Thema des Livestreams hier. Ist mir auch scheißegal, wer was für ein Video macht. Dankeschön, Frodo. So. So, okay, ähm. So, dann guck ich mal, ob mal anderes noch da ist. Sticksharpack. Was heißt... Hä, was ist denn ein Caseycraft-Pack? Das kenn ich gar nicht mehr. Alter, die Textur. Äh, ne. Tschüss. Okay, okay, ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich hab jetzt auch heute Abend, glaube ich, keine Nerven dafür. Oh, Leute. Guckt euch mal die Text... Wer sagt denn, dass ich das höher haben will? Gar nichts. Guckt euch mal die nice Textur von dem Enchantment-Table an. Also Verzauberungstisch. Die hab ich gemacht. Ach, wie ich dieses Ticksharpack vermisse. So, ähm. Buh. Wo sind wir denn jetzt? Ach. So, ähm. Casey, bist du glücklich mit deinem Leben? Äh. Also, wunschlos glücklich mal nicht, sag ich mal. Hallo, Hallo Heiko. So. Ja, vielleicht sollte ich die Ball lassen. Und mal gucken, was ich sonst noch... Was ich sonst noch machen kann. Dann spiel ich jetzt Minecraft. So, Spaß. Okay, äh. Zack. Nein, ich speichern. Nein, ich speichern. Alles klar. Äh. Was heißt nachher? Ich weiß ja sonst nicht, was ich jetzt machen soll. Okay. Lorenz und Nexus. Ich hab beides gelesen. Ich hab's verstanden und interessiert mich nicht. So, können wir jetzt weitermachen. Dankeschön. Dankeschön. So. Oh, ja. Äh. Ich möchte bitte einmal Chicken Nuggets. Dankeschön. Ich glaub, der Schweinekiller hat ein bisschen Hunger bekommen. Konkröp. Konkröp. Ja. Freie mich auch die ganze Zeit. Was hat denn Konkröp damit zu tun? So. Ist auch sie meine Seite? Ja. jetzt muss ich das wieder alle einstellen ähm Minekraft geht das so vielleicht nicht doch da ist natürlich wieder alles verrutscht ah guck mal hier wie schön nein nicht wie schön so was 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 macht doch was ihr wollt Leute ich jetzt erstmal eine Runde zocken falls jemand mit wer sagt denn dass ich hier auf diesem server bleiben will keiner na gehen wir auf Gamma können wir ja ist noch was frei so mein Livestream ist noch grün was geht da ab ok da möchte jemand blockiert werden sorry Nexus wenn du so einen Kack schreibst nur weil ich das Video nicht anschaue alter war es im Ernst ist das wirklich dein Ernst ist das wirklich der Ansicht Nexus ist das wirklich der Ansicht Nexus ah da will schon wieder jemand in eine Party rein ok ok ist mir auch egal so ja ich spiel jetzt erstmal ein bisschen Rage Mode ähm der ist wahrscheinlich schon wieder voll oder ich glaube mein Internet hat sich aufgangen ah ok jetzt bin ich dran na oder auch nicht ähm alles klar ja mein Internet dreht ein bisschen durch aber ist normal ok Nexus sorry aber ich werde dich jetzt erstmal für 300 Minuten ach 300 Sekunden blockieren weil ich es nicht will ich hab das schon 3 Millionen mal gesagt ich guck mir das nicht an und ja so wow 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 was sollte einer gegrüßt so Frodo, nein, das mache ich nicht. Der Stream kommt sowieso live, deswegen. Ich meine, der wird sowieso dann umgewandelt. In ein Video. Wo sind denn hier die ganzen Leute hin? Oh, ja. Mein Internet ist kaputt. Kaputt. Oh, scheiße. Vielleicht soll ich auf einen anderen Server gehen. Das hat ja keinen Zweck wieder. Entweder ist der Server kaputt oder mein Internet. Ey, nein, nicht auf mich schießen. Geht weg. Geht weg, geht weg. Nein, geht doch da hoch. Ja, guck mal, ich habe absolut keine Chance. Ja, komm. Geh weg. So, ich muss mal kurz neu starten. Mit der Hoffnung, dass es dann wieder besser wird. So, okay. Okay, ähm. Okay. Ich habe gestürzt, oder so. Funktioniert der Chat noch? Ach, ist mein Livestream noch da, oder? Was? Dankeschön, Frodo. Es freut mich. Ich glaube, mein Internet will gerade nicht mehr. Okay, dankeschön für die Info. Dem Moderator. Ich probiere es nochmal auf Kammer. So. Ah. Wahrscheinlich läuft der Stream ganz gut, aber mein Internet nicht mehr. Deswegen kann ich nichts mehr machen. Ähm. Ja. Ich sehe, es hat keinen Zweck wieder. Vielleicht ist komm mal einfach voll. Meine Leitung ist klar, äh, will nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin so froh, wenn ich eines Tages so eine 100k-Leitung habe, oder so. Dann bin ich sehr froh. So, ähm. Ich probiere es einfach. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist Gomma. Gomma ist schuld. Er lässt mich hier nicht streamen. Wieso, wieso muckt er jetzt rum? Ich habe nichts anderes offen, als sonst, wie, wie, sonst auch. Hi. Wie geht's? So. Ich probiere es nochmal. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, hör auf zu legen. Äh. Wo ist das schon ange... Ha, 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 ha. Alles klar. Ich sehe schon, die Verzögerung ist nur von Vorteil. Lass mich eintöten. Da hinten ist einer. Doch nicht. Da hinten ist einer. Ja, dieser Shader macht's vor allem Ding. Ich bin gleich wieder tot. So. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Das ist gut. Kommt schon, da hinten. Da hinten will einer gekillt werden. Alter, dieses Internet ist zum Kotzen. Alter, hör doch mal... Ich gehe mal auf einen anderen Service. Das hat keinen Zweck. Entweder ist es der Server oder mein Internet heute. Das ist eher mein Internet. Hey, wake up. Hey, wake up. So. Und spiele ich jetzt Lucky. Solo Lucky Sky. Oh, wenn dann einer auf dem Server ist. Wo ist denn hier? Das, glaube ich, die Dings. Ja, Leute. Ich glaube, es hat heute keinen Zweck. Brauchen nicht spielen. Brauchen Leute auch nichts zu spielen. Das war es wieder heute. Super. Ich finde den Tag schon super geil. Genau so muss das sein. Okay. Was? Guten Appetit. Wieso guten Appetit? Hm. Alles klar. Kannst du mich auch mal sonst wohin? Ich probiere es weiterhin. Was soll ich denn sonst heute machen? Oh, ich habe mich so echt eigentlich richtig gefreut darauf. Ich habe den ganzen Tag funktioniert. Jetzt komme ich mit so einem Scheiß-Stream an und dann... Ich gucke gerade mal die... Bitrate 1000. Wie niedrig soll ich das Ding denn noch machen? Was hast du für ein Handy? Ich habe ein Huawei P8 Lite. So. Ja. Das war es. Ne. Das war es heute. Heute für heute. Es wird nichts mehr. Ich will nicht mehr. Mein Internet will nicht mehr. Ich kann nichts mehr machen im Livestream heute. Ich kann natürlich mein Internet neu starten. Aber dann ist der Stream wahrscheinlich alle... Äh, alle soll ich schon. Dann zu Ende. Ja. Ich kann eigentlich aufhören. Dann kann ich wenigstens noch für einen Vortrag morgen üben. Jetzt verscheuche ich die ganzen Zuschauer. Leute, lest ihr die Beschreibung gar nicht? Das verstehe ich manchmal nicht. Oh, weder Tag morgen wird scheiße. Ich habe nämlich Englisch. Und ich mag Englisch. Ich lese mir den Zettel von dem Vortrag nochmal durch und kann noch ein paar Fragen hier im Chat beantworten. Vernünftige Fragen. Kartoffelbrot? Was? Oder ich habe keinen Plan, wovon du gerade redest. Vielleicht kann ich auch nachher erst Minecraft schauen. Vielleicht will jetzt gerade das Internet nicht mehr. Also ich habe hier sogar einen Vortrag über das LZW-Format. Wahrscheinlich benutzt das keiner mehr. Wollte sehen, wie du ein Resource-Spec editest. Ja, leider bin ich da ein bisschen unkonzentriert heute für. Und kann ich eigentlich auch machen, oder? Ich gucke gleich nochmal. Okay, hier ist mein Vortrag für morgen. Eine Seite und die andere Seite. Und eigentlich das Schlimmste zu erklären ist, was ein LZW-Format ist. Das ist ein Daten-Kompressions-Format. Also die Daten werden gepresst, damit sie besser verarbeitet werden können. Und dieses LZW ist ein... Wird hauptsächlich für GIF eingesetzt. Jeder weiß, was ein GIF ist, hoffe ich. Da ist ein Bild-Format. Dieses LZW-Format komprimiert das so, also presst die Daten so zusammen. Die meisten brauchen ein Buch, wo die ganzen Zahlen und Wörter draufstehen. Damit der andere Computer das Programm weiß, wie er das entschlüsseln kann. Also dekomprimieren, wie der öffnen kann, was sich so bei Winra entpackt und so. Dann, äh, ja. Und dieses LZW-Format braucht dafür kein Buch, weil es... Ach Gott. Ich weiß selber nicht, wie ich das erklären soll. Ähm. Naja, weil es gar kein... Erst gar kein Buch anlegt. Mit den ganzen Zahlen und so. Ich kann es gar nicht mal erklären, wieso nicht. Auf jeden Fall habe ich total das scheiß Format für den Vortrag bekommen. Andere, die haben MP3 bekommen und sowas. So viel einfach zu erklären, anstatt so ein LZW-Format. Das muss ich mir heute nochmal durchlesen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So, ähm. Erzählt man? Hä? Was schreibst du da für ein Zeug? Okay, dann, 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 dann... Tja. Da muss ich mal bei irgendwie Texturen noch wieder suchen oder so. Also, gespammt wird hier schon mal nicht, würde ich sagen, ne? So. Habe auf Insta einen netten Kommentar geschrieben. Ja, da will ich nachher dann mal gucken. So. Ach, guck, da haben wir es schon wieder. Okay. Ähm. Ups. Gleich geschlossen. Grafiken, Design, Studiert. Alles klar. Okay. Okay, ähm. Oder wartet mal. Ich transferiere. Ich habe gerade total die gute Idee. Ich habe ja genug Texture-Packs. Ich gucke gerade mal. Ähm. Resource-Packs. Wow. Ähm. Okay, hier habe ich schon mal mein eigenes. Ach, wie ich das manchmal hasse. Also, wenn ich mal eben hier gucke. Nein. Ähm. Ähm. Was ist jetzt das Battle? Ja, ne? Ich glaube, es ist... Oder? Ach, Mann. Ich habe zwei... Picture-Packs. Und ich weiß nicht, welches ich hatte. Scheiße. Äh, ja, ich muss mal Kohle, 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 Bedrock. Ich glaube, das war das Texture-Pack, oder? Oh, Leute, es tut mir leid, aber ich muss nochmal bei... Mal kurz gucken bei Minecraft. Komm. Heute ist echt nicht mein Tag. Ach, ich merke schon. Ja, ich glaube, ich müsste mein Internet neu starten. Das hat keinen Zweck heute wieder. Was, 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 was? Wie lange streamst du noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger streamen, aber... Wenn mein Internet weiter so kark ist, brauche ich ja hier nichts mehr machen. Äh. Aber dankeschön für die... Für dieses Angebot. So, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Hälfte gerne bei dem Texture-Pack. Dankeschön. So. Das wäre heute wieder toll. Jetzt will ich nur gucken, was für ein Texture-Pack ich benutze. Wenn ich mal das kriege, das Internet mehr hin. Hat wirklich keinen Zweck mehr heute. Zum Kotzen, echt. Ich nehme jetzt einfach mal in Vermutung das Texture-Pack. Oder... Guck mal, ob ich das hier sehen kann. Könnte sein, muss aber nicht. Okay. Glöcke. Ansicht. Seitenansicht. Die begrüßen sich einfach nicht. Die Glöcke. Ich kriege echt die Krise häusisch, schwar. Sorry Leute, ich kriege heute nichts mehr hin. Ja, hallo Blister. Ein Internet will heute nicht, das heißt Minecraft will nicht und ja, ich habe keinen Plan, was ich jetzt gerade machen soll. X-Japack wird auch nicht wirklich was. Ach. Hm, Leute, ja, hm. Ich müsste mein Internet neu starten. Ich weiß nicht, was der Stream dazu sagt. Wahrscheinlich bricht da ab und das war's. Hm. Ich kann's noch mal probieren, aber ich bezweifle, dass das geht. Naja, wenn ich jetzt mein Internet neu starte, ist der Stream weg. Dann muss ich einen zweiten Stream eröffnen und ich will nicht beide Streams auf meinem Kanal haben. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes über. Ich probier's nochmal. Ich kann's probieren. Bis jetzt geht es ganz gut. Jetzt läuft's. Hey, das wollte ich gar nicht. Gucken. Ja, bis jetzt geht's. Steht der immer hier? Nein. Ich dachte schon. Ähm, also Leute, wir können es probieren. Auf Gamma. Ich muss wieder den Bildschirm gleich ändern. Bis jetzt. Jetzt geht's wieder. So. Es geht wieder. Also wer will mitmachen? Blister willst du mitmachen oder kannst du nicht? Oder Fendlix? Äh, Pharenix meine ich. Sky... Lucky... Bläh? Was spielen wir denn da? Was gibt's denn da alle? Skywars oder Badwars oder... Oder... Ja. Ich kenn die anderen nicht. Ich weiß nicht mal, was hier... Äh... Mind War. Keine Ahnung, was das ist. Was Surf ist. Oder Conquest kenn ich auch nicht. Molecraft. Zombie soll ich auch noch nie gespielt. Ja, okay. Dann macht mal eine Party wieder auf. In der Hoffnung, dass mein Internet dann... Also bis jetzt... Jetzt geht's gerade wieder. Manchmal hat mein Internet so eine Phase da. Will's einfach nicht. Äh... Farenix, der Blister wollte gerade... Eine Party machen. Dann lad mal bitte Farenix ein. In die Party. Okay. Guck mal. Leute, wieso? Wieso kann ich jetzt nicht hier diese Scheiß... Ich weiß jetzt nicht, wie die Tastattoo heißt. Äh... Die Tastattoo. Die Taste. Wieso kann ich da nicht drücken und da wird mein... Der Blister dann angezeigt. Wieso? Auch wenn ich B und dann... Oh! Okay. Ah! Fail! Fail! Spiel Zombies. Was macht man denn da? Sollen wir mal Zombie spielen? Ich weiß nicht, was man da macht, aber... Also ich spiel eigentlich alles. Außer... Ja. Wo ich jetzt total... Ich liebe Sky Wars, muss ich sagen. Wird... Und Lucky Sky Wars ist noch besser. Also gibt's ja hier leider nicht. Wir können von mir aus auch nachher noch auf ein Dings gehen. Einen anderen Server oder so. Aber wir können ja erstmal... Äh... Ja... Internet auf dem Land ist noch beschissener. Ich saß da. Okay. Das ist richtig. Ähm... Hallo Gaming... Kann ich nicht lesen. Okay. Ähm... Ja, Blister. Lade mal den Varenix bitte ein. Und dann können wir irgendwas zocken. Dann starten wir mal was. Ich lasse mich überraschen. Solange mein Internet geht, bin ich glücklich. Okay. Also mein Internet hat manchmal so schluckauf. Das will dann einfach nicht. Oh, Grachkula ist auch noch dabei. Kommt der Moderator mit bei? Kommt der mit dazu? Was? Ja, Blister, mach ihr... Äh... Mach irgendein Spiel. Ich weiß nicht was, aber... ich weiß nicht was... Iihaii... Okay, ähm... Achso, ich bin schon Team Rot. Was spüren wir denn? Bad Wars. Okay. So, kurz eben mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... So, das geht weg. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder voll da. Und aus dem Grund, so. So, Kartoffelleitung, alles klar. Äh, wie alt bist du? Schau mal in die Beschreibung. Aber eigentlich hat Österreich bestimmt bessere Leitungen als Deutschland, weil Deutschland, liegt... Nein! Leute, mein... Leute, mein Internet... Aber ich meine, Internet ist gut, aber... ...mein, äh, Minecraft hat mal wieder keinen Sound. Ah, zum Kotzen, echt. So, äh... Alles klar, sind ja fast alle Leute dabei, die ich kenne. Hi, wie auch immer du bist. So, äh... Hier gibt's das Zeugs, okay. Uh, was ist denn hier... Ah, ne, Kiste ist leer, mein Liegen. So. Wow, ich hab schon drei. Geht's auch mal hier rein. Möchte jetzt frühzeitig in die... Oh, dann muss ich gleich wieder mein Minecraft neu starten. Kennst du... Nein, kenn ich nicht. Keine Ahnung, wer das... Oh, hier gibt's Gold? Im Ernst? Okay, ich bleib hier. Ich bleib hier stehen. Hallo, Rachola, wie geht's? Hey. Ja, gut. Na, wo ist denn hier dieser komische Typ? Ach, hier ist unser Bett, okay. Gib sie Gold, gib sie Gold. Komm, gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Pff, der sich da einfach reinstellt. Ah, hier ist der Typ, okay. Ähm. So, ich würde sagen, die Basics, so. Ich finde das eigentlich bei DustMC viel besser, wenn ich da, äh, einfach nur draufklicken muss. Äh, so. Und ja. So. Und da machen wir noch ein paar Blöcke. So. Zack, zack. Okay, ähm. Soll ich mir ein Schwert? Eigentlich will ich mal in die Mitte reden. Ach, nicht, nicht. Hier, hier, hier hast du Blöcke. Hey, hier, hier. Komm her. Veranix. 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 Genau, okay. Hat da schon ein paar Blöcke bekommen. So. Äh, Gold. Gold. Gib mir Gold. Ich glaube, da kommt alle hundert paar Male mal... Okay, ist das Bett zugebaut. Ja, super. Dankeschön an Pavillon. 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 2004. So. Oh, du hast ein Gold. Was ist der für mich? Zwei sogar. Oh mein Gott, ich kann mir einen Bogen bauen. Yay. Ich beschütze hier unsere Hood. Ich bin eigentlich echt froh, dass ich da... Oh. Habe ich eine Chestblade bekommen? Ich bin froh, dass ich, äh... Erschreckt mich nicht so. Ich dachte jetzt, da ist einer. Soll ich nicht sagen. Wo ist die kommen? Wo? Wo? Wer? Wo? Wer? Ich sehe niemanden. Da hinten läuft einer. Ach, der ist runtergefallen. Okay. So einen Schatten abgeschossen, so vielleicht. Äh, irgendwas wollte ich jetzt. Ich wollte ein Schwert, genau. Ich habe ein wenig Angst, sonst... Ah, guck mal, ich kann mir sogar ein... Was ist da jetzt? Kein Soundbeiß? Ich weiß nicht, ob da einer jetzt kommt oder nicht kommt. So. Jetzt bin ich gerüstet. Versuch da mal ein bisschen, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ich treffe oder nicht. Ich schieße jetzt einfach. Habe ich da irgendwas getroffen vielleicht? Da geht es jetzt gerade total ab. Da hinten läuft jemand. Okay, ist zu wenig. Toll, was nützt mir jetzt der Bogen? Wenn ich nicht mal höre, ob ich treffen kann. Wir wissen es. Willst du mich vereiern? Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt auf gut Glück da oben. Habe ich ihn getroffen? Ne. Hä? Der hackt doch. Wo ist er hin? Schon unten. Gut. Ja, ich muss dann nach der einen Runde gleich mal neu starten. Mein... Äh. Damit ich Sound habe. Kartoffelleitung, alles klar. Hey, ist eine gute Idee. So. Oh, ich brauche es zu essen. Genau. Zu fudern. Eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Oh, das ist so kacke, wenn ich keinen Sound habe. Das nervt mich. Ist der von uns? Ja. Habe ich da jemanden abgeschossen vielleicht? Ich weiß ja, ob ich treffe oder nicht. Ich kann jetzt da hochgehen. Ne, da verliegt mein Bogen. Ne. Nein, das meine ich mit... Nein, 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 nein. 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 Ich schieße einfach Verdacht. Ist es unserer da oben? Ich weiß es nicht. Äh. Nein. Alter, das nützt mir nichts heute jetzt hier. Ist doch kacke. Ich bin ganz bestimmt nicht der Star der Runde. Texture Pack ändern. Oh shit. Ich habe die fast nicht gesehen hier. Da will noch einer kommen. Ne, eigentlich hilft das bei mir eigentlich auch nicht, aber ich kann es mir probieren. Ach ja. Ach ja, da baut wieder einer eine Festung, ja. Da hinten ist einer. Schleicht der eine. Ach man. Schleicht der eine nur rum hier. Ach man. Schleicht der eine nur rum hier. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Leute. Ach. Ach. Sorry. Nein, ich komme nicht mit. Da fülle ich meinen Bogen. Nein. 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 Da schießt einer auf uns. Da schießt einer auf uns. Wie schießt denn da? Der dahinten vielleicht? Ach leckt. Leckt mich doch an. Sonst wer? Wer war denn hier alle zu? Ich sehe nichts mehr. Danke. im ernst jetzt diese pavillon da ist es ja super super nett was sie hier macht aber wie soll man denn noch okay ich habe nichts gesagt nichts gesagt gar nichts gesagt aber bitte nicht alles zu bauen bitte 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 von woher schießen die ist ja ich sehe den nicht unbedingt aktiv installieren bleibt jetzt hier stehen da oben ist einer da kommt einer von rechts oder auch nicht als ist er darunter gegangen ich schieße jetzt einfach mal wir müssen da langsam mal rüber dieser macht es richtig ich sollte es glaube ich auch mal machen ich hole mir jetzt ein paar blöcke und dann wollen wir uns da langsam rüber ich habe ich schon wieder rüstung in meinem inventar ich brauche das doch gar nicht haben wir noch zwei gold so ah sie ist noch sie ist kind of ich kann mir denken wer das war ich kann mir denken was für ein a das war ich kann mir key okay alles klar dann nehme ich mir jetzt einfach nur so einfach diese kleinen basic so hier also Hey, da schießt einer auf mich. Mann. Hör doch mal auf zu schießen, Mensch. Spinner. Okay, ihr wollt's ganz legal. Machen wir so. Ah, jetzt kommt er bald nicht mehr ran, ne? Ich brauche eine Spitzhacke. Oder ich mach's so kaputt. So, ähm. Hallo, Emily. Wieso wollt ihr denn da zu? Wir haben extra so gebaut. Ich brauch's zu futtern. Ich hab die jetzt einfach gleich rüber. Hä? Jetzt hab ich alle reingetan. Nein, jetzt. Verfluchte Scheiße. Mann, es ist echt manchmal nicht mehr feierlich. Ich geh da jetzt einfach rüber. Oh, ich kann nicht mal ne Leiter hochgehen. So. Bleiben die immer noch im Bogen? Verfluchte Scheiße! Sorry, Leute, aber... Ich muss mir aus dem Spitzhack geboren. Ich muss mir aus dem Spitzhack geboren. Ich muss mir aus dem Spitzhack geboren. Oh Gott, da hat einer so fies losgelassen. Was soll das? Was willst du von mir? Ich renne jetzt einfach mal rüber. Boah, ist scheißegal. Ähm. Wenn ich das überlebe, ist ne andere Frage. Fast. Wo sind die denn hier alle? Oh, hä? Ach, da oben ist einer drin? Ne. Okay, dann bleib ich... Äh, ist man hier stehen oder so? Äh, da bohrt sich einer rüber. Soll ich mal rüber gehen? Hey! Ich füße mich anab. Ist das einer von uns hier? Was? Bla, 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 wurde von bla, bla getötet. Nice! Yay! Ja, genau, Blüster. Okay, ich fahre einfach... Geh einfach nach oben. Und wo aus schießen? Hä, schießen wir von uns aus? Ach, da! Die sollte zurückgehen. Was, feststellt hast du? Ah. Okay, ich schnapp mir jetzt ein bisschen Gold. Äh, Blister, hast du noch Gold? Äh. Okay, der ist schon mal... Oh. Wer war noch zu spülen? Nur blau hat das Bett verloren. Okay. Ein... Ah, da hinten ist noch eins. Okay. Ach, Gott. Nein. Nein! Geh mir doch das Gold verflucht! Krieg ich das Gold? Äh, ja. Okay, ich hab... Ich hab... Ich hab's... Ich hab genug! Jetzt muss ich... Jetzt muss ich irgendwie halt nach Hause kommen. Ich weiß nicht wie, aber... Ja, gut. Ich probier's. Äh, er fail? Bitte, 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 lass mich durch, hier. Da kommen zwei von rechts, Leute. Boah, was für ein Wichser war's. Ich... Das war bestimmt... Stimmt. Diese eine große... Diese eine große... Den werde ich jetzt erstmal anfreunden. Das schwöre ich dir. Was ist das, Rennix? Ich schwöre, ich würde dich heute alle anfreunden, wenn das noch einmal gemacht wird. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wer Rennix, einer was? Also, Blister war's bestimmt nicht. Einer von hinten hat einfach Blöcke unten abgebaut. Ich glaub auch nicht, dass du das warst. Dann war das der Werte her. So. Ich hätte nämlich jetzt einen Bogen gehabt. Ich hab nicht gesagt, dass du das warst, Rennix. Vielleicht war es eine andere Person. Genau. Eigentlich können wir ja rechts rüber gehen und das Dings hier hinten umbauen. Ich hab mir das schon gedacht, dass ihr das nicht wart. Kommt einer mit von... Oh, scheiße, ey! Sorry, Leute. Falls ich... Aber heute ist echt nicht mein Tag. Äh, die Kisten sind schon wieder leer. Die sind irgendwie immer alle leer. Ich tue jetzt hier was in die Kiste. Ist mir scheißegal. Ich hol nur noch den, das Zeug, weil ich brauche erst mal und dann war's das. So. Ich geh jetzt hier hinten rüber. Ich will jetzt die Scheiße mal beenden. Na? Blister, was machst du denn da? Oh, dankeschön, Rennix. Ey! Blister! Gib mir das Gehöl zurück. Bitte. Dankeschön. Ist das denn, du willst einen Bogen haben? Really? Willst du einen Bogen haben, Blister? Also, einer von euch kann eher einen Bogen haben, als ich. Weil ich gleich so wieder tot bin. Will jemand? Nicht? Rennix, willst du einen Bogen haben? Hallo? Zum Bogen? Hier, komm. Hier. Lauf nicht weg! Junge? Ich bin kein Junge. So, Leute. Äh, Henry, sorry, nee, ich kenne dich ja leider noch nicht wirklich. Aber, und da ich ja noch keinen eigenen TS habe, äh, wird das erstmal nichts. Was doch irgendwas Sinnvolles? Nee, nein, Blister, ich will ihn nicht haben. Dankeschön. So, ähm... Okay, jetzt reicht's mir. Okay. 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 Kay kurz, ähm... Und... So. Ah, fuck. Wo ist er hin? Ist er tot? Ja, nice, we're nix. Ja, gut. Da schießt einer. Ja, Blister, was denn? Was denn? Dankeschön. Danke, danke, danke. Ach, Mann, ey, wie es nervt manchmal. Okay, Leute, kann gleich mal einer eine neue Party aufmachen, ja? Oh, danke. Damit wir diesen einen Typ hier mal rauskriegen, weil das nervt langsam. So, da bohrt sich einer hoch. Äh, welche Farbe sind wir? Ich war gerade so, hä? Welche Farbe waren wir? Kommt einer von rechts? Was denn hin? Da kommt einer von rechts rüber und er fällt runter Hoff ich Ist er runtergefallen? Oh, der ist da runtergefallen Tut mir aber leid Können wir langsam diese Runde beenden? Hm Das ist ja aber Kopf hoch Für mich oder für ihn? Ich mach mir da keinen Kopf drum Ist mir scheißegal, was der macht, ey So, da wird einer drüber Fixen es all Nein, nein, nein Um So, äh So, Leute Äh, Leute Fünf Leute sind noch im Chat Ah, jetzt bin ich ganz rausgegangen Oh, nein Leute, es tut mir leid Ah, okay, Dankeschön, Blister Oh, wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Ich verstehe es manchmal echt nicht Leute, bitte Kann immer nur einer eine Party schicken? Das ist echt verwirrend manchmal Wieso schreibt er das denn jetzt nicht aus? So, okay Dann lad mal bitte Blister mit ein Falls er noch nicht drin ist Will der Sessler auch rein? Willst du mit rein? Und die Party Oh, ich kann nicht mehr schreiben Als wenn ich jetzt Seine Freundschaftsanfrage annehme Das kann er aber vergessen, ey Leute, mit mir ist Ich hab keinen Bock auf so einen Kack Kinderscheiß hier Warte mal Wie kann man denn Freunde blocken? Ich guck gleich mal Da gucken wir doch gleich mal nach Freundschaftsanfragen Äh Annehme Ablehnen Kann man niemanden blockieren? Bestimmt Einstellungen Freundschaftsanfragen 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 Privatnachtscheinen Umfläuen Verstecken Deaktivieren Weiß einer von euch Wie ich Leute blockieren kann? Auf Gommel? Ja genau Äh, Varenix Oder Ja, ich glaub Bei Varenix Lad mir den Surslow ein Also ich lade schon mal niemanden bei Gomma ein Wenn, dann muss er mich schon in Wenn jemand Kacke baut, der ist sofort raus, ich schwör Ich hab da keinen Bock drauf Äh, ja Äh Anon Comment Achso D Slash Nein Slash B So Äh, ich wollte mal gucken, ob jemand mir geholfen hat bei der Frage So Ich hab die Frage gar nicht gefragt Äh Geschrieben eigentlich Ich kann auch mal kurz im TS fragen Das mach ich jetzt auch Message has been sent So Gut, jetzt kann man loslegen Ach, der schon wieder Kann einfach so machen Hahaha So Ähm So Da kann ich doch glatt Im Ernst Bitte join Alles klar Leute, wo seid ihr? Ich weiß nicht welches Team Ich hab keine Farben hier Nimm mal Team 2 Team 2, Team 2, Team 2 Team 2, wo seid ihr alle? Ich weiß es nicht Ja, Rennix Rennix Gut So So Jetzt Jetzt haben wir richtig Spaß So Ähm Da ist ne Kiste Oh, ne Kiste Oh, ne Kiste Oh, ne Kiste Oh, ne Kiste Okay, äh Gut, ich war, ich hab mich gerade gefragt Okay, 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 äh Ja, ihr geht schon mal da lang, da so Hier ist nichts mehr, hm Hier ist noch ne, hier hinten ist noch ne Kiste Und sollt schaffen es zwei Okay Äh, das nehm ich doch eher Protection nehm ich auch Zack, zack Den Kuchen kann ich ausstellen Genug Essen hab ich ja Uh, ein Goldapfel Und TNT Ah klar, okay, okay Also Leute, da hinten ist noch ne Kiste Oder so, vielleicht Was sind wir denn überhaupt Okay, grün sind wir Hat da schon jemand irgendwie angefangen zu bauen Da, okay, da braucht einer Ich hab ein wenig Schiss gerade Komm schon Geschaffnet, pass auf, pass auf, hinter dir Hinter dir, äh Nein, 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 nicht runterfallen Oh nein Oh nein Alles klar Kann man den abbauen? Ja So Guck mal, brauchst du hier noch ne Hose oder so? Ne, hat er Okay, ähm Welches Bett wurde Achso, das ist ja gar keine Benz Äh, ja Ich bin ein wenig lost Ehrlich gesagt Alles klar Ah, da hat jemand einen Weg gebaut Äh Da hoch itter Oh Ah Dib Dab Oh Dab 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 Oh Dab 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 B Ja gut, ähm, wo auch immer die hier sind. Wo sind die denn hin? Wo sind die hin? Hast du die kaputt gemacht? Ah, hm, nächste Insel würde ich sagen, oder? Ach, da haben sie sich doch rübergebaut hier. Oh, die Musik ist zu Ende oder so? Oh mein goodness, ich hab's geschafft. Wo sind die? Ich bin auch wieder weg. Oh, ich hab' nen Helm bekommen. So, Leute. Wie mal gar keiner mehr was in den Chat schreibt, ne? So, ich bin auch wieder weg. Ich weiß nicht, was ich da gerade mache, aber okay. Pfff, dass 26 Blöcke reicht, ich weiß nicht. Oh, okay, das reicht auf die... Wenn ich so weitermache, nicht. Wie viel sind wir noch? Vier Spieler. Nein, ich weiß nicht. Ah, ja, ernst? Ah, ja, wirklich, ja, ernst? Oh mein Gott. Es ist nicht wahr. Das ist absolut nicht wahr. Boah, scheiße. So slow, beeil dich. Obwohl, der kommt nicht hinterher. Ich meine, der kann nicht hinterher. Pass auf. Okay, zwei sind in der Mitte. Da kommt einer. Da kommt beide. Pass auf, pass auf. Nein, pass auf. Du schaffst das. Oh mein Gott. Nice, nice. Pass auf, der zweite. Pass auf, der zweite. Nein. Ich glaube, wir sind tot. Nein, Blister ist noch da. Warenix ist noch da. Quatsch, nee, doch nicht. Wir haben verloren. Nein. Nein. Nächste Runde, würde ich sagen. Dann lass mal, was machen wir denn? Mir egal, Rage Mode oder... Ist mir völlig egal. Macht irgendwas. Ich einfach in dieses Loch stürze. Ich bin über Glas gelaufen. Über diese scheiße Brücken, Bäume und alles. Und fall in so ein Loch rein. Alles klar. Vielleicht macht noch eine Viertelstunde oder so und dann höre ich auf im Stream. Guck, zwölf Minuten, passt doch. Äh, was? Ich hab keinen Plan, was ihr wollt. Achso. Oh, er ist jetzt auch offline. Hab ich gar nicht gesehen, dass er noch da war. Okay, nochmal. Alles klar. Ähm. Äh. Gibt es da keine Teams? Gibt es da gar keine Teams? Oh, weia. Falsche Runde. Ich hab's mir gedacht. Also nochmal, bitte. Ah. Okay. Jetzt haben wir's. Oh, meine. Morgen früh schon gleich diesen Vortrag, ey. Das kann ja wieder ein Tag werden morgen. Das ist ja. Ich würde so gerne zum Frühstück morgen gehen. Ah, ich glaub, ich bin dann morgen wieder ziemlich müde, wenn ich zum Frühstück gehe. Hallo, Heiko. Ich mach mal irgendwie Fensteraufkipp oder so. Oh, ich hab ja noch Zeit, ja. Nur noch fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde und los geht's. Oh, ich geb's Gold. Hahaha. Äh. Sonst gibt's ja aber auch nichts anderes. Alles klar. Bauen wir eine Burg. Alles klar. Wir bauen erst mal das Bett ein. Das ist eine gute Idee, oder? Bevor wir eine Burg bauen. Und ich kann noch mal... ein paar Blöcke bauen. So. So. Wir bauen das Bett ganz toll zu. Damit die Leute auch ja nicht meckern, dass sie da durchkommen. So. Gut. Äh. Ich wache hier mal über das Gold, würde ich sagen. Nee, ich will das Gold. Nee, geh weg. Ich will das Gold. Ach, ich hab's gekriegt. Silber kannst du haben. Äh. Leute, da kommen, glaube ich, welche von links. Ähm. Alter, ich geh drauf. Ich hab kein vernünftiges Schwert. Was? Ich hab' alle kaputt gemacht. Gut. So, bin ich zufrieden. Okay. Ähm. Ach, da kommen noch mehr. Nee, doch nicht. Ich bleib' jetzt hier stehen, bis ich mein Gold hab. So. Schau' grad mal auf meinem Fernsehen HD. Okay. So, zwei Gold hab' ich schon. Wow. Alles klar, mein Internet macht mal wieder super mit. Ich kack' gerade wieder ab. Ich mach' mal eine Truhe. Kommt schon, gib mir noch ein Gold. Oh, noch zwei Gold. Oh. Scheiße. Okay. Alter, hab' ich gar nicht gesehen. Da kommt der Nächste. Da kommt noch einer. Oh. Da kommt noch einer. Leute. Da. Da. Da haben keine Blöcke mehr. Genau. Blöcke, Blöcke, Blöcke. 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 Da war noch ein Gold verflucht. Was? Was? Nein. Nein! Fuck! Ich bin tot. Mann! Unser Bett. Kaputt. Nee, ne? Warte mal. Wir sind rot. Ist so. Wir müssen noch besser zubauen hier, Leute. Ähm. Ein Goldbräu noch da. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Mein Gold, mein Gold. Ich gehe wieder. Tschüss. Ich brauche erst, ich brauche einen Bogen. Und. Einmal bitte Blöcke. Na, siehst du da rein? Ciao. Okay. Dann mal schauen, ob da jemand kommt. Und? Was? Alter, ich brauche ein vernünftiges Schwert. Das geht gar nicht so. Oh, guck hier. Schon ein bisschen Silber. Und Gold. Zack. Und ich habe mir jetzt erst mal ein Schwert. Da. Schon besser. Okay. Da hinten ist einer am Laufen. Ach. Okay. Okay. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich schieße jetzt einfach mal so. Mann. Geht doch mal aus, wenn mein Schuss fällt hier. So. Ich mache meinen Kanal erst mal nicht. Also ich mache schon weiter, aber ich habe keine Zeit irgendwie dafür. Einige Cover schon wieder neu aufgenommen, aber ich muss da ja was filmen für. Leute, die holen sich immer wieder. Immer wieder schönes Gold aus der Mitte. Langsam wird es echt ätzend hier. Das ist die, die, äh... Können wir die ein bisschen erweitern hier, die Insel? Gucken. Ich habe noch kein... Ich habe noch keine Chessplates. Ah, okay. Nehmen wir die. So. Die kommen bestimmt gleich hier rüber. Ach so, es gibt keine Mitte? Okay. Ich dachte da vorne, dieses komische Gebilde da war. Soll so ein Ding sein. Ja, wird Zeit, dass die da hinten rüberkommen. Äh, so langsam wird es langweilig hier. Ja, ich streame noch. Ich baue mal ein bisschen weiter hier aus. Also, wer hier in unser Bett reinkommt, der war dann, ne? Dann aber... So. Ja, schöne Buck haben wir hier. Müsste ich sagen. So, jetzt machen wir hier hoch. So. Blister, ich gehe jetzt, ich muss morgen voraus. Tschüss und viel Spaß. Weiter machen wir mit... Dankeschön, Blister. Gute Nacht. Leute, können wir mal ein bisschen hier so ausbauen? Können wir das nicht hier connecten? Das wird nämlich... Könnte ziemlich lang werden hier. Ich muss echt mal demnächst ob die Feind gönnen. Hier liegt das Gold in der Gegend rum. Das Silber. Der braucht schon Gold und Silber. So, Leute. Schießt etwa einer auf uns? Doch. Die schießen auf uns. Ich würde was erzählen da hinten noch. Ich würde was erzählen da hinten noch. Äh, Leute. Ich finde eure Buck echt cool, aber... Ich würde gerne demnächst den Stream beenden. Ich sehe es. Ich finde die schön, auch richtig schön, die Burg. Wie gesagt, morgen habe ich einen Vortrag. Referat oder sowas. Vortrag. Und ich bin langsam müde. Und ja. Oh, da war da einer zur Mitte hin, hm? Ja. Da will einer von Geld rüber, da hinten. Oh, ich habe ihn getroffen. Nice. Ist er nicht runtergefallen? Ich hoffe. Ja. Richtig so. 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 Oh, ich habe ihn schon wieder getroffen. Doch, ich will ja gerne mitspielen. Nur ich möchte langsam mal beenden. Stimmt, ich kann den Stream beenden. Es schauen, wir sind nur sechs Leute zu. Du hast vollkommen recht. Okay, Leute. Dann werde ich hier jetzt den Stream beenden. Und dann kurz die schönste Runde hier noch weiter bauen. Äh, weiterspielen. Natürlich werden wir die noch gewinnen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Streamen und bis dann. Ciao.